Der Tolino Vision setzt Maßstäbe. Das neue intelligente Design bietet dank seiner innovativen Oberflächenstruktur bislang ungeahnte Handlichkeit und dadurch höchsten Lesekomfort. Bequem mit einer Hand bedienbar ist der Tolino Vision der perfekte mobile Alltagsbegleiter. Übrigens ohne Kompromisse, denn die absolut plane Oberfläche und das rahmenlose Display schützen den Tolino Vision bestens gegen Sand und Staubpartikel. Der E-Reader verbindet die Kompetenz der großen deutschen Buchhändler mit dem technischen Know-how der Telekom. Zu ihrem Vorteil. Dank seines offenen Systems sind sie nicht an einen Buchhändler gebunden, sondern können ihre E-Books kaufen, bei wem sie wollen. Das brillante E-Ink-Karta-Display mit exzellentem Schwarz-Weiß-Kontrast und gestochen scharfem Schriftbild bietet sogar bei direktem Sonnenlicht einen uneingeschränkten Lesekomfort. Augen schonend und ohne lästige Spiegeleffekte. Dank des zuschaltbaren Leselichts können sie ihre E-Books auch bei schlechten Lichtverhältnissen genießen. Die reflektionsfreie Beleuchtung des 6 Zoll Displays ist stufenlos anpassbar. So können sie auch im Dunkeln flimmerfrei lesen. Wenn sie beim Lesen auf ein ihnen unbekanntes Wort stoßen, können sie es mit der Wörterbuchfunktion blitzschnell auf dem TolinoVision nachschlagen. Die Bedeutung der Fremdwörter wird ihnen auf Wunsch direkt beim Lesen angezeigt. Der TolinoVision ermöglicht ihnen außerdem, ihre E-Books nach Lust und Laune zu ordnen und individuelle Sammlungen anzulegen. So verlieren sie selbst als Vielleser nie den Überblick über ihre digitalen Bücher. Auch das Hinzufügen und Löschen von E-Books funktioniert mit dem TolinoVision spielend leicht und unkompliziert. Wo ihr Ladekabel liegt, sollten sie sich gut merken. Allzu oft werden sie es nicht zu Gesicht bekommen. Durch das intelligente Stromsparmanagement bleibt ihr TolinoVision bis zu sieben Wochen lang geladen. Der TolinoVision ist für alle, die ihre Zeit lieber mit Lesen als mit Warten verbringen wollen. Dank des neuen Prozessors genießen sie ihre Lieblings-E-Books jetzt bis zu 40 Prozent schneller. Ihre E-Books öffnen sich sekundenschnell und das verzögerungsfreie Umblättern garantiert ihnen einen optimalen Lesefluss. Wählen sie aus sechs Schriftarten und sieben Schriftgrößen, markieren sie ihre Lieblingspassagen per Lesezeichen und genießen sie grenzenloses Lesevergnügen mit rund einer Million E-Books im integrierten E-Book-Shop. Die verbesserte Notizfunktion lässt sie Textstellen nicht nur komfortabel kommentieren und markieren, ihre Notizen stehen anschließend auch als Textdokument in ihrer E-Book-Bibliothek zur Verfügung und können jederzeit auf andere Geräte kopiert werden. Wer möchte, kann die Sprache der Benutzeroberfläche übrigens jederzeit von Deutsch auf Englisch umstellen. Besonders sicher ist ihr TolinoVision auch, dank der neuen und bequemen Zahlensperre mit individuellem Code. Genießen sie ihre Freiheit mit dem TolinoVision. Über WLAN laden sie neue E-Books blitzschnell, zu Hause und unterwegs. Der kostenlose Zugang zur Cloud bietet einen 25 GB großen und sicheren Speicherplatz für all ihre Leseinhalte. So haben sie unterwegs jederzeit Zugriff auf ihre E-Books, die sich mit bis zu fünf weiteren Lesegeräten synchronisieren lassen. Lesen sie also auch auf ihrem Smartphone, Tablet oder PC stets an der Stelle weiter, an der sie ihr E-Book vorher geschlossen haben. Der TolinoVision setzt auf Offenheit. Was das bedeutet? Viel Freiheit und Flexibilität. Dank des offenen Systems können sie mit dem TolinoVision alle gängigen E-Book-Formate mit und ohne Kopierschutz verwenden. Offen heißt auch, sie können frei und unabhängig wählen, wo sie ihre digitalen Titel erwerben. Die innovative Bibliothekverknüpfung macht die Verwaltung ihrer E-Books noch leichter. Egal bei welchem Tolino-Partner sie die Titel gekauft haben, auf Wunsch können sie ihre Bibliotheken einfach miteinander verbinden. So haben sie auf ihrem TolinoVision sämtliche von verschiedenen Tolino-Partnern gekaufte E-Books auf einen Blick verfügbar. Schneller, brillanter, sicherer und handlicher. Mit dem Premium E-Reader TolinoVision erleben sie ein völlig neues digitales Lesevergnügen. Tolino. Entdecke die Leichtigkeit. Jetzt bei Weltbild informieren. Online oder in unseren Filialen.